Musik 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 Das ist eine kurze Phase Ein von unseren Was soll man denn sagen? Wegwissen du entscheidende Gigs zu haben Ja genau Wir nehmen das an Engländer Hooligan Moment, Moment Moment, Moment Moment, Moment Sorry Ist das eine? Nein 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 We are Dancers Die geht eigentlich Melativer Das ist ein Eifel Too klein ist so schlecht Das gibt es mir nicht Ich kenne das Beine Das ist auch noch Scheiss Lied Das bricht am meisten Hand Ja Das ist unser liebenswürdiger Versuch Aggressionen zu tauschen Das ist unser liebenswürdiger Versuch Aggressionen zu tauschen Mit Hollandaise Ein Fest Danke für deine Schauspieleinlage Lights up As if you are a Snow Patrol ǒ Tte millones especie Spägemann Hoffentlich und scheiss Schöne Ein klassischer britischer Brighton Sonnenuntergang. Ich betone es aus Brighton. Das ist jetzt noch einmal aus dem Carlsen gefilmt. Wir versuchen es dann noch genauer fest zu halten. Vor dem Sonnenuntergang hat es noch das Segelschiff. Der Dila hat gemeint, dort sei sicher der Lutsch-Grennt drauf. Das ist auch ein Easy-Piece und noch zweimal Vollgas. Der sechste Teil ist sechs. Mit dir? Ja. Aber beim Sechsten machen wir den Abschlag. Wer ist der Abschlag? Wir sind zwei, drei und vier und gähl. Geräusche! Wir sind zwei, drei und zehn. ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das können wir jetzt auch nicht, aber wir finden es eine Sauerei. Definitiv. Das Milch im Milch. In der Schweiz würde man gerade vor der Kasse schlurzen, aber so etwas gibt es hin. Aber es geht unter Allergy Advice, das heisst sozusagen Allergie Hinweise. Die Allergiker sind ja alle dumm und gehen ja nicht davor auf die Packung, dass es Milch ist. Sondern ein sehr klein auf der Seite. Ja, England ist halt sehr ähnlich zu Amerika. Ich meine, ich habe gestern noch die Weihnachtsgeleuchtung gefilmt. Nein, das ist sogar Englisch, Mann. Das ist auch schon. Ich meine, ich habe es umgekehrt. Ich habe es von der Leute. Nur da, er hat es gerade gut gemacht. Ja, du bist gesehen. Wir sind übrigens wieder einmal aufzubrechen. Wir gehen weg von dieser Insel. Kann ich das brauchen, Asien? Dass er genug hat. Ja. Wie ihr seht, ein grosses Loch hier. Passt eine Lastwagen. Sogar zwei nebeneinander. Okay. Jetzt sind wir gleich in der Halle. Der Mannsdeckl hier. Wir fahren einfach schön alles dort durch, was sie sagen. Aber sie haben ja gar nichts gesagt. Danke. Das war einer der gemütlichsten Eben, kann man sagen. Wir haben von Huren Fein gegessen über eine Stadtführung zwischen den Sets. Also wir haben zwei Sets gespielt. Ja, 45 Minuten. Und zwischen den Sets hat uns der Club-Owner, das war er. Du solltest mir das geben, bevor ihr performt. Ja. Auf der Kamera? Ja. 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 So, wir haben eine Stadtführung mit uns, zwischen den Sets. Und jetzt wissen wir, dass Leuven sehr gut ist. Es ist eine fantastische Stadt. Ja. Es ist eine fantastische Stadt. Ja. Du bist eine fantastische Stadt. Es ist eine fantastische Stadt. Es ist eine fantastische Stadt. Und das ist eine Autotour. Ja. Und das ist schön.